Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RoganEakBird, Däumen, Alex und mir ist der Geyer. Und wir spielen heute gegen die Eisenmänner. Oh. Die Eisenmannen. Von den Eiseninseln. Ja, das war's als erstes, dass ich's grad gedacht hab. Schön, 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 schön! Jetzt schon crazy. Da warst du auf der LAN-Party gar nicht dabei. Was denn? Es gibt ja auf jeder LAN-Party immer die komische Phase, wo irgendjemand anfängt Pornos zu schauen. Mhm, hab ich gehört! Und dieses Mal sind... Warst du Erik? Ja, natürlich. Dieses Mal sind Erik und Andi auf die glorreiche Idee gekommen, hier den Alarm... Also die Szene anzuschauen. Und da kam dann irgendwie die Formulierung irgendwie... Frauensbild oder irgendwie sowas vor. Und da waren wir dann vollkommen fasziniert von, dass man sowas sagen kann. Ja. Alarm! Wie sie das anhören muss für die anderen so. Es kommt der Moment auf jede Alarm-Party, dass man sich einen Bonus ansieht. Das ist normal. Jeder, der das auch so kennt, erstmal einen Like da lassen. Bist du dir schon die Einzigen, die jetzt liken, sind das einsame Männer? Ja. Und Erik. Ich würd liken. Und Erik. Einsame Männer und Erik. Einsame weiße Männer. Wagen. Würde sich Erik ändern, wenn er Kinder und eine Frau hat. Nein. Oder Kinder hat. Oder eine Kinderfrau? Oder was? Nee, ja, eben wenn du nur Kinder hattest. Das ist langweilig, würde ich sagen. Oh, fuck. Schön. Ah, mein Fehler. Mann! Ah, mein Ohr juckt, Alter. What the hell? Auf jeden Fall haben wir für einen Podcast wieder genügend Talk-Stoff. Das heißt, es wird vielleicht bald einen Podcast folgen. Also, beziehungsweise ihr habt es vielleicht schon gehört, weil er schon rausgekommen ist. Stimmt, weil das ist jetzt die dritte Folge, die wir hintereinander aufnehmen. Ja. Schön. Ah, fuck. Hab ich. Okay, never mind. Schön. Ich dachte, er ist safe zu steil oder zu schnell. Äh. Hab ich. Der könnte drin sein. Ah, schade. Gut. Schön. Huh, das war risky. Mann. Du bist blöd geflogen. Wenn du das anders weg bist, hättest du dir vielleicht zu richtigen Volk schossen schneller. Ah, ja. Well, das ist nicht so gut. Warum bin er da? Das ist nicht so gut. Das ist noch schlechter. Nein. Dann war der Dach noch dran. Oh, da hast du unter Luft. Aber leider kommt er nicht mehr ins Tor rein. Ich mein... Ah, schön. Schönes Vorspiel. Vorlage. Schönes Vorspiel. Wie. 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 legolas geht es nach legolas vegas sehr schön oder der lehrgut las nicht zu rechnen mit fans thomas es war schläger alle die las oder thomas heißt dann falls wieder am start da ist kommen wir die dampf halte und dieses bild von den wilden kerl die eine dampf halte sich hier beim dicken michi hat die dampf halte dann nur so die schwelle war das mutter war das tut ich weiß es gar nicht mehr war dampf halte nicht diese komische diese die kasse jahr das ist noch dass der irgendwie los gerannt ist dieser durchbruchswagen der kenne zum dicken mich in die gruppe und ein lehr und lehrgut las der kommt sogar sehr gut das tor macht doch was mensch ich wollte den ball besteigen das informationsmesschen nein man man ich habe schon seit ewig kehrten wust das ist das für ein hurenkirr hatte er hat dann sobald du wieder buser ist erst mal leute zu stellen wo der campus mehr jetzt kommt was als mal zwölf zwölf als mal du bist eine kombination aus den zwei untersten ziffern das hat zwar schlemmen ist nur noch die elf 0 nicht auch noch die zehn die zehn da wollen wir gar nicht erst drüber reden oder nein die zehn zwölf du bist auf dem treppchen von den beschissensten zahlen ich mal auf die eins geschafft da bist du kacke da ist ja nicht die beste zu aber kurz vorgelegt läuft ja war dein fehler 12 12 wir haben hier die zwölf und lehrgut las die 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 hier sind wir heute die im fokus wenn sie dauerst du beim dabei besser sein wird war dann falls ja auch noch dabei war so ein lehrgut las hatte war der spieler schon gegen lehrgut las eben und ach da hat die zwölf hatte kalten da ist der zweite man auf dem feld der zweite eine auf die zwölf bekommen ok die zwölf jetzt sind wir schon angst jetzt hat zwölf tor geschossen mann bei 1 20 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2